Bis 2030 wollen wir nachhaltige und damit zukunftsfähige Städte und Gemeinden. Für uns bedeutet das in Summe, Städte solidarisch gestalten. Wir brauchen also mehr Raum für Gemeinschaft und Konzepte, die Menschen mit ihren jeweiligen Bedürfnissen wahrnehmen. Allerdings sind unsere Städte bisher nicht dafür ausgelegt und bieten wenig Platz, der zudem meist stark konstruiert ist. Wir sehen was, was du noch nicht siehst. Überall um uns herum sind ungenutzte Räume, die wir zusammen entdecken und mit Leben füllen können. Hast du dich zum Beispiel schon mal mit deinen Nachbarinnen im Treppenhaus verabredet und diesen Ort als Lebensraum wahrgenommen? Das Treppenhaus kann zum Wohnzimmer oder die Straße vor deiner Haustür zum Vorgarten werden. Wir schaffen dadurch mehr Freiraum, mehr Raum für nachbarschaftliche Beziehungen, mehr Verantwortungsgefühl für öffentliche Räume. Deshalb fragen wir dich. Was siehst du, was wir noch nicht sehen? Verwandte gemeinsam mit anderen Menschen ungenutzte in nutzbaren Räumen. Gestalte die Stadt von morgen mit. Und fang heute damit an.